er läuft er läuft juri hast questline wieso okay dann gehen wir mal zu ich habe noch nie die juria questline übrigens gemacht kommt mir juria nicht jetzt auch zu hilfe nach einer zeit war das nicht so nerius blutiger finger da war ich wohl ein bisschen schnell wo ich die area reloaden oder kann ich einfach durchlatschen ich habe die questline auch nie gemacht wirklich nicht ich weiß auch gar nicht was da gibt ach so das hier ihr habt mir ja nicht gesagt dass hier ein rotes zeichen ist ihr habt mir gesagt hier ist irgendwas ich wusste nicht dass ein rotes zeichen ist wen soll ich töten liest den chat ich kann doch nicht den chat lesen man wisst ihr doch ich helfe ich komme helfen bitte helfen sie mir ich bin in gefahr assassine des rabenhorst du horst bam weg mit dir juria machst du auch was noch nie besiegt diesen gegner war gerade mein erster fight gegen den die habe ich mich gemacht gut ne kriegsasche nebel raptor noch nie gehabt was kann das ist das gut diese kriegsasche verleiht einer waffe die affinität solide und folgendes talent nebel raptor duckt euch in eine niedrige haltung um kurz zu verschwinden trifft euch ein gegnerischer angriff und kommt ihr auf raptoren schwingen schnell in die luft was komisch ist weil eleonora habe ich schon mal besiegt aber ich habe es nicht mehr seine questler noch nie gemacht reichte schon wenn man den invader getötet hat dass sie dann kommt weil das hier habe ich noch nie gemacht ich schwöre ist wie findet ihr dass ich hier keine gnade geholt habe gut nach dass sie habe ich noch nie gesehen ich habe den immer gekillt ganz am anfang ja und wo ist jetzt hier ah da da bist du doch komm her will jetzt aber viel leben findet ihr das ist unfair und das war jetzt die questline von dem cool ja das war die questline von yuri joh doch